nur das macht doch Spaß alter Schwede das Ding geht ja mal ab aber ganz viel Munition und die Ehe wo halt das wird meine neue Lieblingswaffe ich sag's euch okay einmal nach unten bitte wie aber hier sieht so richtig aus wie ein Staubsauger ach komm Leute das können mir nicht anders erzählen entweder ein Staubsauger oder Prozent halt die Schläuche von Tanklaster aber was anderes könnt ihr mir nicht erzählen ja es sieht einfach komisch aus hat aber die übelst Kraft die wir gerade so gut demonstriert haben hui das Ding dürfte uns einiges erleichtern das ist soweit glaube ich schon mal klar und wir sind endgültig im Lambda Komplex angekommen jetzt haben wir jetzt schon mal ein kleines Ziel errungen jetzt müssen wir nur noch hier den Reaktor starten und dann schauen wir mal weiter oh oh hallo hui niemals ja wir haben hier genug Möglichkeiten diese Waffe zu testen viel zu viele Möglichkeiten meine Freunde viel zu viele Möglichkeiten wer will denn schon so viel mit einer Waffe testen oh ich wollte gerade schießen ey die Tür die 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 das ist natürlich gut das ist sehr gut wenn wir hier wenn wir hier wieder rauskommen dann sind wir doch alle schon mal gut dabei besonders die die Old Man und schlecht die 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 denn da hat das bei der er wird die gebraucht für die Anlass an Teile schockt ja natürlich mit diesem Intusismus werden wir uns auch weiterbegeben natürlich wir können ja auch nichts dagegen sagen Und jetzt natürlich erstmal aufladen. Ja, 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 ja. Aufladen. Und weiter. Okay, Reaktorkerne fluten. Ein kühles Bierchen könnte ich dann auch vertragen, nach diesem ganzen Schlamassel. Verständlicherweise, glaube ich. Verständlicherweise. Tank, aus. Okay, da kommen wir nicht rein. Das ist schlecht. Dann gehen wir den Weg doch erstmal zurück. Und gehen wir nach links. Wow. Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Okay, das Ganze hier müssen wir fluten. Coolant System. Kühlsystem. Und wir sind nicht allein hier unten. Okay, langer Weg, aber das gefällt mir nicht, dass es so ruhig ist. Natürlich ein Ladebildschirm. Ist ja nicht so, als hätte man den vor drei Minuten schon mal gehabt. Reaktorkerne sollen wir fluten. Das ist natürlich gut zu wissen. Und dann sollen wir doch noch reinspringen. Also, das war eine blöde Reaktion, das war eine blöde Reaktion, das war eine blöde Reaktion. Ich habe gedacht, ich hätte eine andere Waffe drin. Ahem. Ups. La 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 la. Aber hey, was soll ich sagen? Das hat funktioniert. Wow. The hell? Lass die ganzen Wissenschaftler doch mal in Ruhe hier. Das geht doch nicht. Was? Oh. Au. Aua. Ei, 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 ei. Ey. Bin kaputt. So. Hier irgendwo draufrücken? Nein. Okay, dann nehme ich. Gehen wir hier hoch? Wir werden schon unseren Weg finden. Denke ich. Irgendwie findet man seinen Weg zwar immer, aber gut. Alle weg. Alle weg, alle weg, alle weg. Man kann euch hier leider nicht gebrauchen. Das heißt leider, man kann euch hier zum Glück nicht gebrauchen. Nicht jedenfalls auch nicht, ne? Ei, jetzt gehe ich weg. Na, zurück. Geh. Fast wäre ich reingelaufen. Ach, dunk. Monition. Leben. Alles. Schön, 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 schön. Also wir werden hier auf jeden Fall mit allem überschüttet. Das finde ich sehr gut. Und... Ey. A-Trap. Weg mit dir. Es könnte allerdings auch ein Zeichen dafür sein, dass wir hier noch einiges zu tun haben werden. Und damit mein Schlechtes. Ganz viel Schlechtes. Wow. Jetzt ist es all erwischt. Könnte man die Waffe nachladen besonders? Fällt mir gerade drauf. Fall doch einfach mal darunter. Fall doch einfach mal darunter. Hier haben sie schon Feldbetten aufgestellt gehabt. Ne, die wussten ja auch, was auf sie zukommt. So viel ist ja klar. Hier sind wir endlich bei einer Pumpstation. Soweit bis zu einer Pumpstation. Ne, da haben wir noch einiges zu tun. Da kommen wir überall nicht rein, aber hier runter müssen wir. Okay. Okay. Ah, cool. Wow. Was zur Hölle? Wo kommst du denn her? Alter. Wo war der? Das muss ich mir im Video unbedingt nochmal angucken. Ich hab den nicht gesehen. Gar nicht. Zu Hölle. Hölle. Wie. Hoch neben der Revolver. Hi. Jemand's drehen? Nein. Erwischt. Erwischt. Nein, darauf bin ich nicht verbreitet. Das war knapp. Flimpf, da ist er weg. Wie viele gehen denn hier denn noch auf einmal kommen? Oh, ein Schuss, natürlich. Alle wegmachen und dann runtergehen. Oh Mann, hier läuft echt einiges schief. Na. Weg mit dir. Energie und Leben holen und anschalten. Nicht einschalten. Oder nicht halt, ne? Gut. Okay, daneben nicht. Hier ist auch nix. Sollen wir jetzt hier runterspringen oder was? Scheint mir so. Ob das die gute Idee ist, das werden wir noch herausfinden. Und zwar jetzt. Nein. Ach, verdammt. Der war nicht an der Leiter. Manchmal ist er an der Leiter, manchmal nicht. Davon lassen wir uns jetzt aber nicht unterkriegen. Denn wir leben ja noch. Wir sind ja ein bisschen auf Risiko ausgelegt bei der ganzen Geschichte hier. Schnell mal nach oben, weil hier kommt jetzt, glaube ich, Wasser durch. Stimmt's? Na, noch nicht. Warum noch nicht? Moment mal. Da muss doch Wasser durchkommen. Halt, stopp. Hier stimmt eben was nicht. Habe ich was vergessen? Habe ich was vergessen? Habe ich etwa etwas vergessen? Das scheint mir langsam so. Das ist aber nicht gut. Da können wir das jetzt einschalten. Ah! Ach so, jetzt funktioniert die Pumpe. Deswegen wird jetzt Wasser reingepumpt. Stimmt's? Jo, jetzt wird das Ganze geflutet. Sehr schön. So wie es sein soll. Dann können wir uns ja gleich auf der, zur zweiten Stelle machen. Okay. Da sehen wir schon, Pumpe 1 und Tank 1 sind bereit. Jetzt noch Tank 2 und Pumpe 2. Und los! Allerdings mache ich mal kurz eine kleine Pause und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich! So, und da sind wir auch schon wieder. Geht natürlich jetzt sofort weiter. Müssen wir mal schauen. Cool Tanks. Wow! Stell mal hier vorbei. Das ist das sichere Glas. Au! Den haben wir glaube ich auch erwischt. Gut, dann können wir jetzt auch wieder runter gehen. War ja klar, dass hier nochmal wer kommt. Und was haben wir jetzt hier? Was ist das hier eigentlich? Oh, verdammt! Oh! Verdammt! Immer ein Leben für uns. No access flow to main reactor. Hier müssen wir wohl noch gar nicht hin, oder? I think so! Aua! Warum bin ich das schon wieder sehr? Nein! Okay, das wäre jetzt dumm von mir. Aber wir haben immerhin mehr Leben als zuvor. Und zum zweiten Reaktor. Exit! Ach komm, wir müssen doch jetzt Gegner kommen. Das ist doch eigentlich dann viel zu langweilig, wenn hier keine Gegner kommen, oder nicht? Na gut. Wenn's nicht sein soll, soll's nicht sein. Jetzt müssen wir noch Tank 2 und Pumpe 2 aktivieren. Na, das sollte ja auch noch möglich sein. Wir haben ja jetzt erst 45 Minuten gespielt. Ich weiß gar nicht, könnten wir es schon schaffen, dieses Spiel jetzt noch zu beenden? In dieser Aufnahme. Das wäre natürlich mal interessant, ob wir das so schnell schon schaffen könnten. Will ich zwar gar nicht, aber... Naja, man kann ja nichts dagegen machen. Jetzt muss ich da rüber. Oh, leck, 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 leck. Jetzt... Oh, wo kommt die da leer her? Holy... Hilfe! Alter, wo kommen die denn jetzt her? Ich bin geschuckt. Oh, oh. Den Kollegen hier hat's leider zerlegt, aber wir kommen hier durch. Oh. Hier ist alles nur noch am Einstürzen. Okay. Lade dort hin. Was erwartet uns hier? Natürlich wieder einige von unseren Gegnern. Unverständlich. Ey, mach mir nicht die... Tür direkt zu! Ruhh! Ich brauche hier meine Konzentration. Hilfe! Ich brauche Konzentration. Da kommen wir nicht hoch. Sch... D... Wo? Nicht... Wo? Wo? Wo, 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 wo? Wo, wo, wo 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 Vielen Dank.